Ob wir das Handbuch jemals brauchen werden, das ist sehr fraglich. Was aber nicht fraglich ist, um mal wieder eine ganz spontane Überleitung zu nehmen, ist, dass wir hier natürlich in der Skellors-Einöde weitermachen. Auch wenn es in der letzten neuen Folge der neuen Session von Spyro 2 Gateway to Glimmer nicht so ganz, ganz viel Neues gab, zum Ende hin haben wir immerhin alle Edelsteine gefunden, die es hier in diesem Level gibt. Und wie wir weiterkommen, das sehen wir jetzt. Ich habe selber keine Ahnung. Ist ja nichts Neues, aber ich wollte es nur nochmal anmerken. Da hoch müssen wir noch. Können wir sehen, wie viele Knochen wir haben? Nee. Ich meine, wir hätten aber schon so um die drei, vier von acht oder so gehabt. Ach, hier sind wir jetzt. Alles klar, wir sind einmal im Kreis gegangen. Das habe ich jetzt auch noch gar nicht so gecheckt, dass wir jetzt wieder hier sind. Das heißt, erstmal hier rüber mal gucken, was er sagt. Oh, da hatten wir den auch schon gestern, Klumpi. Irgendwas mit Lawexen und so. Ich weiß es nicht mehr. Drei Sterne Schwierigkeit. Er macht die Brücke rüber. Ups. Ach, du heiliger. Ach, du heiliger. Aber da hätten wir noch einen Knochen gekriegt. Nee, aber leider nicht den natürlich, den wir gebraucht hätten. Ja, okay, da war ich zu langsam. Also, die kommen in einer bestimmten Reihenfolge raus und nicht da, wo man gerade herläuft. Ist okay, komm. Und, ja. Ach, scheiß auf Speichern. Mach ich jetzt einfach mal. Tut mir leid, ich habe scheiß gesagt. Na, hoch, hoch. Boah, wenn er an dieser Kante hängen bleibt, ne, dann kann das auch nichts werden. Den habe ich doch gerade abgefackelt. Äh, da oben? Boah, da war eine Klippe dazwischen. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Ich mag sowieso keine ungeraden Zahlen, deswegen wollte ich unbedingt auf 16 Leben kommen. Na. Wo ist er? Wo ist er? Na. Mist. Aber war schon mal nicht schlecht. Eieiei. Bei dem ersten braucht er am Anfang immer ein bisschen, bis er Feuer speit. Gut gemacht, Gras-Hüpfer. Hey. Und dieses glänzende Ding, das wir gefunden haben, um dir bei der Reise zu helfen. Gerne, 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 hatten wir gerade in dieser Folge schon irgendwelche Soundbugs? Ich weiß es gar nicht. Gerade auf jeden Fall bei der Meldung geht es hier nicht bei dem Gespräch. 25 Kugeln. Yeah. Oh, er sieht so aus als vollen noch mehr Echsen-Eier herunter. Warte. Meldung. Bist du bereit für eine weitere Herausforderung? Äh. Kann ich nicht erst speichern? Dorfbewohner nochmal retten! Fünf Sterne! Fünf von fünf Sternen, Leute. Was? Acht Stück oder was? Jetzt alle gleichzeitig am besten, ne? Genau. Den ersten Erfolg, den speichere ich jetzt aber auf jeden Fall. Das heißt, dann kommen wir schon mal an die zweite grüne Kugel dran. Die letzte, könnte ich mir vorstellen, hängt mit den Knochen zusammen, die wir einsammeln müssen. Wovon ich, wie gesagt, gerade nicht auswendig weiß, wie viele wir haben, aber... Naja. Äh, los. Weg, 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 weg! Wo? Da oben. Äh, hallo? Was war das denn? Ja, ist okay. Ich weiß, dass er den frisst. Äh, hallo? Drei Stück. Ja, das war doof. Okay, den brauche ich erstmal nicht. Ja, jetzt hatten wir uns super gesehen, wie er den gefressen hat. Da, irgendwie, der ist es immer. Warum? Warum? Ey, wie soll man das denn schaffen? Auch wenn es fünf Sterne Schwierigkeit ist, aber ich kann mich noch nicht flittern. So. Oh, nee, das gibt's noch nicht. Äh, hallo? Ach ja, komm, das kann ich wieder vergessen hier. Ja, komm, fresse einfach auf. Schön, toll. So. So, wo? Ja, dann brechen die hier auf. Ich muss die hier nehmen. Das war wieder zu langsam. Irgendwas habe ich wieder falsch gemacht. Weg, 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 weg. Wir können, das kann ich doch nicht schaffen, wenn der, wenn ich gerade bei dem bin, dann kann ich doch nicht da hinten hin mich beamen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ach, Mann. Das ist doch fies. Das ist doch echt blöd. Das war auch wieder falsch. Vielleicht muss ich auch den erst da rum. Und dann hier rum. Ja, ich glaube, das ist die Lösung, aber den einen habe ich jetzt nicht gekriegt, deswegen kann ich das eigentlich wieder vergessen. Aber so, ja, da muss ich... Ich habe eine Idee. Nein. Shit. Ja, das kann ich wieder vergessen. Können wir das nicht neu irgendwie starten? Oh, Mensch. Weiter, weiter, weiter. Danke, dass du uns nochmal geholfen hast, Spyro. Du verdienst noch ein glänzendes Ding. Danke. Und jetzt soll ich dann am besten 16.000 Ritten. Lichtverwenden. Das leuchtet? Okay. Wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Nämlich, dass die grünen Kugeln eigentlich keine grünen Kugeln sind, sondern Nachttischlampen in Form von grünen Kugeln. So unauffällig getarnt, natürlich. Vor allem die Finger, die tun dann nachher Zeit auch weh, wenn man sich so konzentriert und dann immer auf die Tasten kloppen muss. Wie ein Bekloppter. Kloppen wie ein Bekloppter. Ja. Ganz doll. So. Aber. Obwohl, ich glaube, da können wir gar nicht so drauf kommen. Das müssen wir mit einem, mit einer Kanone, mit einer Bombe müssen wir das lösen. Ja. Sechs von acht sogar schon. So, Leute. Wir haben alle Edelsteine. Drei Leute können wir noch umbringen. Eine grüne Kugel brauchen wir noch und zwei Knochen. Und ich, gut, wobei vielleicht das, wie gesagt, mit den Knochen und der Kugel zusammenhängen kann. Frage ist jetzt, wo gibt es die anderen zwei Knochen? Ich nehme es mal vorsichtshalber mit, man weiß ja nie. So, den habe ich gerettet. Wo kommen wir hier hin? Hier kommen wir zurück, ne? Zum Anfang. Hier ist Gronkh. Genau. So. Hier waren wir auch schon überall. Er lacht sich einen ab. Ist auch okay. So. Dann. Kam da hinten vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe. Glaube ich eigentlich weniger. Die nehmen wir mal mit. So. Dann schauen wir mal nochmal in Ruhe. Da hinten brauchen wir nicht nochmal hin. Es sei denn, die Seelen zählen nicht mit. Was war das denn? Ach so, das war wieder die Explosion. Ach, ich vergesse das immer. Alles klar. Ja. Heute ist irgendwie, wie gesagt, nicht so. Liegt auch an der Uhrzeit und überhaupt. Und ihr wisst Bescheid und vielleicht auch nicht. Und ich weiß es nicht. Ach, das war... Aha, genau. Okay. Danke, Spyro. Jetzt kann ich meinen Freund wieder zusammensetzen. Bitte nimm das als Zeichen meiner Anerkennung. Eine Elfe hat es vor einiger Zeit bei mir zurückgelassen. Aber waren das jetzt nicht erst sieben von acht Knochen? Ich hatte doch gerade immer sechs oder wie. Ich kriege, glaube ich, nichts mehr mit heute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber na ja. Immerhin Fortschritt. Das ist die Hauptsache. Hast du gut gemacht. Passend zur geschafften Scale-Aus-Einöde ist die Folge auch wieder vorbei. Und ich würde sagen, ich schaue mal eben auf die Uhr. Eine machen wir noch. Das heißt, es wird eine Session, die um eine Folge kürzer ist als sonst. Sprich drei Folgen, nicht vier Folgen. Aber wir haben es auch schon relativ spät, wie gesagt. Und na ja. Ähm. Gut. Dann würde ich sagen, muss ich wieder aufstoßen. Aber hier war es gelernt. Nämlich, dass ich heute Abend so um die Uhrzeit nicht mehr so ganz der Aufmerksamste bin. Es sei mir bitte verziehen. So ein bisschen zumindest. Aber ich versuche mir Mühe zu geben. Und das hat ja ganz gut geklappt. Auch wenn mich das Skelett hier angängeln will. Das will ich aber nicht. Ja. In der nächsten Folge wieder zurück zu Herbstwald. Und mal schauen, wo wir dann hin marschieren. Bis dahin würde ich sagen, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.